Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Dark Souls 3 Cinder's Mod. Und ja, in dieser Episode machen wir Pontius Sullivan. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich muss ein bisschen Rüstung noch abändern, weil ich sonst Fettrolle. Deswegen habe ich jetzt die krassen Juwelen an meinen Beinen, ja. Das habe ich vergessen. Upsi. Funny Story. Ihr müsst wissen, ich wohne sehr abgeschotten. Und hier war einfach eben das fucking Querdenker-Demo. What the fuck? Einfach so, weißt du, keine Sau wohnt hier. Hier ist einfach so eine Querdenker-Demo. What the fuck? Hä? Was soll das? Das war ulkig. Aber ich habe mir einfach meine Pommes gemacht. Und dann war ich wieder glücklich. Das habe ich eben gegessen. Ich habe auch heute meine Wohnung aufgeräumt, ja. Also. Ich war actually produktiv. Ich dachte, ich kann ihn parryen. Habe ich irgendwas zum Parryen? Ja, habe ich. Weil I guess ich werde die meiste Zeit parryen. Ich fettrolle. Gleich gibt es noch eine lustige Story. Und zwar, was ich diese Nacht geträumt habe. Vielleicht wissen manche Zuschauer, ich träume immer den krassesten Scheiß. Ja, mach du deinen Phantom. Okay. Jetzt gehen wir mal auf Fernkampf. Ich muss nur aufpassen, dass wenn der halt den Dings macht. Genau den. Oder meinst du, angreifen zu müssen? Lol, das gilt die schon? Ja, moin. Easy. Wo ist das? Well, that was easy. Ah, okay. I guess Bonfire wird sowieso nicht so nah sein. Alright. Was ist hier? Hier ist nix. Oh. Lizard halt. Oh, hi. The Pursuera. Okay. Einfach ein Dark Souls. Eins Boss. Ne, zwei? Actually, don't remember. Ich glaube eins. Ich habe eine Version gesehen. Da verwenden die das Cathedral Great Sword. Das finde ich sehr passend. Ich glaube auch ein Teil der Dragon Slayer Armor. Also, gibt schon coole Cosplays. Uff. Heilen wir uns? Ich würde schon sagen, du hast viel mehr AP als ich. Okay. Okay. Yeah, Big Steep. Jetzt kann ich ja... Okay. Wollte ich zwar so nicht, aber passt. Hör, was war das? Du stirbst eh gerade. Piu. Krieg ich was? Pursuera Gauntlet. Okay. Cool. Oh, hi. Ich muss mal dran denken, dass ich auch das Dings hab. Mit dem Candle halt angreifen kann. Ich guess, war ein guter Trade. Gehen wir den normalen Weg. So, wie man die normale Weise geht. Also, Traumstory. Irgendwie. Also jetzt ist es wieder crazy, Leute, ja? Also, müsst ihr euch vorstellen. Ähm. Hier erkläre ich das am besten. Also, irgendwie, ja? Wollte meine Familie. Also, sehr viele Stränge kommen jetzt, ja? Nicht wundern. Meine Familie wollte irgendwo hin. So. Zu irgendeiner Farm oder so? Und... Dafür mussten die halt um irgendeine Grenze. Äh. Ich level mal. Was level ich? Leben kann ich actually mehr gebrauchen. Äh. So, und dann mussten die halt irgendwie durch so... Also, über so eine Grenze und halt viele Autobahnen. Und die Grenze war halt auch schon irgendwie voll komisch. Und irgendwie der Weg dahin... Ähm. Ich überlege. Erzähl ich es jetzt im Zeitstrang? Wie ich es geträumt habe? I guess, yes. Also, dann war da halt irgendwie so ein... Keine Ahnung, Grenze, wo halt Sachen kontrolliert werden. Wow. Und... Ich wusste halt nicht so ganz, ob ich jetzt durch darf, weil irgendwie war meine Familie halt vorgefahren, beziehungsweise mein Bruder. Deswegen war das halt irgendwie total weird. Und... Dann... Dann war ich auf einmal in so einem Hotel... In so einem Krankenhaus. Und... Dann... Dann fühlt die... Also, ähm... Fühlt sich eigentlich voll gut an so in dem Krankenhaus. So, aber... Dann war irgendwie das Problem, dass immer, wenn ich alleine bin, irgendwelche Monster halt oder ich mir halt Sachen vorstelle. Und dann war da einfach so eine Frau, so... So sie das typische creepy Kind, was halt irgendwie, ähm... in der Schiene ist. Und ich wusste so, hey, das ist jetzt so eine Vorstellung, jetzt einfach nicht drauf achten, was das sagt und so. Irgendwie meinte das dann auch so, ja, schau in den Spiegel und so. Da hab ich so, jetzt darfst du auf jeden Fall nicht in den Spiegel schauen. Also, schon mega creepy, ja? Und... Dann... Oha, die Viecher. Okay, cool. Will ich gegen ihn kämpfen? I don't know. Und dann... Durfte ich irgendwie wieder zurück... Beziehungsweise, dann bin ich halt irgendwie... Wollte ich da halt hin. Wo halt mein Bruder war. Dann haben die mich da... Dann war ich halt bei dieser Farm. Dann haben die mich irgendwie zurückgelassen. Immer. Und ich war halt schon voll am Arsch und so. Und dachte so, dass die mich halt die ganze Zeit zurücklassen und so. Deswegen... Hat das halt irgendwie... War ich schon irgendwie mad. Und dann sind die halt zurückgefahren... Beziehungsweise schon auf der Hinfahrt, ja? Habe ich irgendwie so gesehen, wo mein Bruder langfährt, weil dann sind die halt ohne mich gefahren. Und die Autobahn war halt super lost. Halt wie man fahren muss. Entsprechend hat sich mein Bruder dann halt auch verfahren. So ein bisschen. Es war halt so komisch. Und irgendwie dann auch... Ja, zehn Stunden dauert die Fahrt und so. Obwohl das eigentlich voll kurz war. Und ich denke, das... Daraus interpretiere ich, dass mich halt so Autobahn und so und wie alles Design, der so mega aufregt, das interpretiere ich daraus. Und dann ging es halt irgendwie um die Rückfahrt. Und jetzt kommt auch was richtig komisches. Und zwar, ähm... Auf der Rückfahrt gab es halt irgendwie so... So Stellen, da konntest du halt während der Fahrt Essen einsammeln. You know? So, dann habe ich einfach so einen Schnitzel bekommen. Mit so Erbsen, glaube ich. So, ich frage mich so, Hä? Warum bekommt man hier so einfach Essen? Warum? Das war halt auch irgendwie voll komisch. Ähm... Und dann war ich irgendwie in meiner Wohnung. Und... Beziehungsweise dann, weil es halt zurückging, ich hatte irgendwie alles von meinem Hotel... Alles von meiner Wohnung mit ins Hotel genommen. Und dann dachte ich so, oh, das muss ich jetzt alles wieder mitnehmen. Und dann dachte ich, ich habe das alles in eine Tasche so gepackt. Und... Jetzt hätte ich ja, äh... Und dann muss ich das alles wieder mitnehmen. Und das passte doch jetzt gar nicht wieder in die Tasche. Das heißt, muss ich jetzt Sachen zurücklassen und so. Und was nehme ich jetzt mit? Es war... Keine Ahnung. Also... Es war zwar alles so in einem Storyverse. Aber alles trotzdem so... Das passte gar nicht von der Reihenfolge her. Wir singen. Oh, Silver Knight Spear. Das ist cool, dass man das jetzt auch haben kann. Vornein hätte ich den Klassiker gemacht. Growning Stone. Mir fällt gerade ein, ich habe noch nie den Vögelinhalt das Zeugs gegeben. Jo, was sagt er denn zu meiner... Zu meiner Traumstory, ja? Ich habe auf. Ich glaube, äh... Discord angefangen, Traumzangeburs öffentlich zu schreiben. Und den träumt er halt in Ordnung. Also, was heißt in Ordnung? Ähm... Wenn halt was Privates drin vorkommt, würde ich das halt nicht irgendwie... äh... Dann veröffentlichen. Äh... Wir haben sogar die Attacke mit reingenommen. Cool. Vielleicht merkt man, ich kann die Drang Slayer Armor eigentlich ganz gut. Ich finde, die kann man gut bekämpfen. Drang Slayer Armor. Deswegen passt das. Abyssal Fragment. Blunt Gym. No. F. Oh. Giant's Coal. Okay. Oh. Lol. Kann ich von hier aus killen? I guess not. Kann ich so machen? Kommt vielleicht einer an? Ja. Dass der so macht. Nee. Ich glaub, da bringen die Teile schon mehr. Mehr die. ist halt viel zu OP. Holy shit. Komm ich denn was? Okay. Außersehen, du. Okay. Dann eben nicht. So. Okay. Komm von denen. Man kennt sie. Boah. Wir sehen hier auch wieder Abyssal Tome. Abyssal Tome. I mean, das ist mein Bild. Vermutlich. So lange es halt nicht das gleich ist, was ich schon hatte. Ich glaub, manche Sachen findet man doppelt. Au. Einfach Abstand halten und spammen. Gull. Aldrich Saphir. Gucken wir mal, was macht denn der Saphir. Grants 15 Bloods of Thirst Characers upon using back 7 Okay. Okay. Warte, ist auf der, ja, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Dann machen wir den auch noch kurz fertig. Okay. Okay. Geht das als Wake Up? Wake Up. Ja, kein da. Silver Knight's Traitor. Uh. Cool. Okay. Spells machen halt überhaupt kein Damage, ne. Ich glaub, der kann auch nicht vergiftet werden, wenn ich das richtig gesehen hab. Unbedingt mal ein bisschen mehr Stamina leveln. Oh, ne. Er ist vergiftet. Ups. Bloß nicht runterfallen. Uh. Uh. Und. Uh. Uff. Das hat weh. Wupp. Wupp. Und. Zack. Cool. Er irgendwie war's voll verzögert, ja. Darauf schieb ich's. Ich wollte ihn irgendwie cool finishen. Alright. Einfach nur ein paar Seelen, ne. Ist auch ganz nett. Damn. So. Bisschen leuchten, ja. Ganz wichtig. So. Aber ich würde sagen, dann war's das mit der Episode. Ich mach mal ein bisschen Kondition, ja. Wär, glaub ich, mal ganz gut. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Und. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis denn. Äh. Ciao.